Lassen Sie mich Ihnen eine unglaubliche Geschichte erzählen, die von Teddy, einem kleinen Kätzchen von fünf Monaten, das anders ist als die anderen. Mit einem einzigartigen Ausdruck, der dem eines alten Mannes ähnelt, wurde Teddy in das Rettungszentrum The Odd Cat Sanctuary in Salem, Massachusetts gebracht. Dieses spannende Abenteuer beginnt mit einem Herzensruf. Tara Kay, die engagierte Gründerin des Zentrums, wurde von einem Tierrettungshelfer kontaktiert, der eine Gruppe von Kätzchen betraf. Unter ihnen fiel Teddy sofort durch seine ungewöhnlich gedehnte und lose Haut auf, ein eindeutiges Zeichen für eine seltene medizinische Bedingung. Spezialisiert auf Katzen mit besonderen Bedürfnissen, zögerte Tara keine Sekunde, dieses außergewöhnliche kleine Kätzchen aufzunehmen. Schon bei seiner Ankunft im Zentrum zeigte Teddy seine Dankbarkeit auf die süßeste Weise. Er schnurrte sofort, sobald er in die Arme eines Freiwilligen genommen wurde. Dieses kleine Zeichen der Anerkennung berührte die Herzen aller, die ihm begegneten. Nach gründlichen Untersuchungen wurde bei Teddy das Ehlers-Danlos-Syndrom, EDS, diagnostiziert. Eine seltene Krankheit, die seine Haut aufgrund eines Collagenmangels fragil und gedehnt macht. Tara, mit ihrem Fachwissen und ihrer Liebe zu Katzen mit besonderen Bedürfnissen, wusste, dass Teddy spezielle Pflege benötigen würde, um zu verhindern, dass seine papierdünne Haut reißt. Teddy begann eine Behandlung, die darauf abzielte, die Qualität und Widerstandsfähigkeit seiner Haut zu verbessern. Unter der ständigen Pflege seiner Betreuer erhielt er Krallenabdeckungen und einen kleinen Pullover, um Risse zu verhindern. Zusätzlich wurde seiner Ernährung ein Collagenpräparat hinzugefügt, um seine Heilung zu unterstützen. Trotz seiner besonderen Bedürfnisse erwies sich Teddy als sehr freundliches, neugieriges und verspieltes Kätzchen. Er kuschelte gerne mit seinen Betreuern und zog immer ihre Aufmerksamkeit mit seinem ständigen Schnurren auf sich. Teddy, glücklich und dankbar, zeigte jeden Tag seine Lebensfreude, trotz der gesundheitlichen Herausforderungen, denen er gegenüberstand. Diese berührende Geschichte von Teddy erinnert uns daran, wie wichtig es ist, sich um Tiere mit besonderen Bedürfnissen zu kümmern. Ihre Unterstützung ist entscheidend, um weiterhin Katzen wie Teddy eine zweite Chance zu geben. Vergessen Sie nicht, Ihre Meinung in den Kommentaren zu hinterlassen, ein Gefällt mir zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere inspirierende Geschichten über Tierrettung zu verfolgen. Gemeinsam können wir einen Unterschied machen.